Hallo, ich bin Laura, die Schmierlaborantin aus dem Mellerut-Team. Heute präsentiere ich euch die Mellerut Markisen und Polsterimprägnierung. Diese sorgt für den Langehalt einer natürlichen synthetischen Stoffe, da sie mit einem Schmutz- und Feuchtigkeitsabweisenden Film vor Außeneinflüssen schützt. Folgende Schritte sind bei der Anwendung zu beachten. Die Oberfläche vor der Anwendung gründlich säubern, dazu empfehlen wir den Mellerut Markisen und Polsterreiniger. Die Reinigungsmittelreste gründlich ausspülen und die Oberfläche trocknen lassen. Mit ca. 30 cm Abstand gleichmäßig aufsprühen. Durch die Anwendung der Mellerut Markisen und Polsterimprägnierung haften Schmutzpartikel weniger schnell an der Oberfläche. Bis dahin und viel Spaß bei der Anwendung unserer Produkte. Ich wünsche dir, die Anwendung des Bessers und Polsterreiniger. Schmutzpartikel 3 5 1 3 4 4 4 4 5 1. Vor der Anwendung der Anwendung des Bessers und Polsterreiniger. Untertitelung des Bessers und Polsterreiniger. 6 1 0 4 4 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 8 8.